Hallo! Hi! Ich bin der Neue hier im Bunde. Ich bin Yato. Und ich bin Kizuke. Hallo Kizuke. Hi! Und wir spielen heute Calling. Das heißt, Kizuke spielt... Anfangs... Es ist ein Horrorspiel. Wir spielen das gerade das erste Mal. Zum total ersten Mal. Also Blind. Und das Handy klingelt. Das Handy läuft halt. Schwarzer Bildschirm. Empfohlen. Lautstärke, Einstellung ist 3. Okay. Ich hoffe, etwas eingestellt ist. Wie ein Mikrofon, ne? Wie ein Mikrofon. Lautsprecher. Lautsprecher. Boah! Anonym. Hat das Zimmer betreten. An... An... Hallo Anonym. Hallo Anonym, Smiley. Guten Abend, Anonym. Punkt. Wow. Hier ist ja was los. Haha. Punkt. Da du hier bist, hast du mal einige Gerüchte gehört, oder? Sowas in der Art. Haha. Beschreibt wer. Warum seid ihr alle heute am Tier? Weil wir auch die Gerüchte gehört haben. Ich wollte einfach mal schauen. Die Gerüchte besagen, dass du mit der Toten reden kannst. Ich war... Ne. Ob das so heißt. Du sprichst von einem Artikel in der Samsara. Richtig. Von dieser Zeitschrift hab ich auch gehört. Was? Wie war das? Samsara. Das ist die sehr unabhängige Zeitschrift über Okkultismus. Ich lese sie schon immer. Haha. Haha. Du bist lustig. Lest sie schon immer. Ja, laut Sam Sara hat das etwas mit dem Vorfall mit den Schülerinnen von kurzem zu tun. Der, bei dem drei Schülerinnen gestorben sind? Ich habe davon gehört, Sam Sara hat einen Sonderbericht dazu gebracht, seitdem aber er nicht mehr davon berichtet. Ah, ok. Ich verstehe. Ok. Ich bin wegen all der Gerüchte hier, aber das hier ist ja wohl ein ganz normaler alter Chatroom. Ein Chatroom ist gruselig. Ok. Hello Kitty Chatroom. Mit Mausgrauen. Haha. Und der tippt und tippt und tippt oder... Ja, es sind schon männliche Hände, aber der tippt und tippt und... Das tut nichts. Das sieht total seltsam aus. Koronikron. Da-Da-Da-Da! 내 Jack-Norris. et Ja, für den Beat! Du bist tot. Was willst du dagegen tun? Das ist, weil strange Dinge passieren. Die Musik fällt mir vor dem Handy. Wo? Alma. Einfach Alma. Drei... Sieben Tage. Calling. Okay, wie schön. Es ist übrigens drei Viertel zwölf. Nachts. Und wir sind hier allein. Fast ohne Licht. Dafür mit... Ja. Computerbelichtung. Beleuchtung. Wow. Fernsehbeleuchtung. Der Tod ihres Mannes kann doch sehr überraschend. Ja, da sie auch keine Kinder hatten, ist sie jetzt ganz allein. Nein. Aber war ihr Mann nicht etwas seltsam? Ja, das ist ja eine Faszination für die Puppen. War schon komisch. Ein bisschen schneller könnte das extra laufen, hm? Für ein bisschen länger bleiben. Ja, hat jeder mir gesagt... Ist das ein Selbstgespräch? Oder... Ich habe gehört, dass er so kurz damit begonnen hat, eigene Puppen zu fertigen. Ist das ein Gespräch? Ist das... Es war keine Puppe, es war eine Actionfigur. Baba-Bam. Es war alles in seinem Leben. Die einmalig sicher Puppen. Genau. Es steht in jedem Zimmer so eine Puppe. Und irgendwann steht sie plötzlich woanders. Und dann sterben sie alle. Tot durch Puppe. Das ist auch scheiße Tode, Junge. Tot durch Puppe. Die höflichste Todesursache Puppe. Die Besessenheit. Die Besessenheit. Und japanische Schriftzeichen, die wahrscheinlich wieder ausgleichen heißen. Shin-Sum-Sum-Tani. Ich verstehe. Nicht. 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 Nichts. Ich verstehe nicht. Ende. Aufwachen. Ich bin dein verdammter Wecker. Ah, scheiß Wecker, ey. Ah, was ist das? Ah. Scheiß, ich habe meine Brüder nicht auf. Ah. Tensiert. Ah, scheiß habe ich eine Karte. Ah. 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 Das fang ja schon mal gut an. Oh Mann, ey. Das will noch arbeiten gehen. Oh, keine Synchronisation. Oh Gott. Und leider Bildschirm. Ah. 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 Okay. Ich kann Bildschirmrand anzeigen. Ah. 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 Nein. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Drücke beim bewegenden Plus kaufen. Das ist mir nicht zu erfolgen. Auch die Menübildschirm. Kannst du gegenstellen? Gut, ich glaube wir können alle lesen. Ja, wir können alle lesen. Ja. Das Spiel erregt erst in Genuss, wenn man Lesekenntnisse besitzt. Ja, weil es keine Synchronisation gibt. Oh, der Rotter. Ja. So. Mach' ja. Uh. Ja, ich hab' keine Lust als du, ich lese. Ein Buch über die Herstellung von Puppen. Der Kreis schließt sich. Puppen. Wer? Irgendjemandem. Butter. Oh nein, die Lampe ist böse. Könnte aufgrund des Blinkens alt sein. Ich mag das Licht mehr. Wie wär's damit? Sie blinkt, weil sie alt ist. Nicht, sie ist alt, weil sie blinkt. Ah. Ah Gott. Ein schwarzes Telefon. Mit Wedelscheibe. Ah. Licht, du gehst vom Sack. What? Hast du so ne Bücher? Na, das ist ein Buch, das andere ist ein Buch. What the fuck? Hier ist alles wohohohohohoho. Creep. Was wissen wir, wie man speichert. Creep Puppe. Auch gut. Creep Puppe anklicken und speichern. Sehr super. Ich bin jetzt bei dem einsteckigen Haus. Vorher war es fertig. Tja. Ich mach's mal drauf. Ah. Das wollte ich nicht. Du wolltest das Teil aufmachen. Probier's mal mit dem Steuerkreuz. Ah. Bam. What the fuck? Stirb ich jetzt. LOL. Herzschlag. Was zum Teufel. Ah. Telefon. Hühnen. Nichts. Was. Warte. Ich bin auf der Falle hinten geschaut. Ja. Random. Uh. Ist das Blut auf dem Bett? Warte. 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 Ist das Blut auf dem Bett? Nein das ist nur ein altes Bett. Es sieht aus wie Blut. Du hast ein Mobiltelefon erhalten. Aber angehend. Nee. Warum tue uns irgendein Mobiltelefon das Sack? Äh das liegt aber. Nja. Hallo. Auch im Tod bleibt die Seele bestehen. um im Euro im Süße durchgehen und sie warten ist was passiert er auch sehr offen die Leute Töte! Jetzt wollen wir es töten! Zack! ZU! Jetzt wollen das wirklich zu! Das ist auch wie ein... Gibt's da schlappe oder sowas? Nein, keine schlappe. Woah! Creepy? Creepy? Woah, woah, woah! Woah, 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 woah! Das ist ein Klingel! Jetzt hätte ich keinen Muttersuchen! Wird ich vor allem! Warte, ist das richtig so scheiß aus? Ja, das ist deine Toilette! Willkommen in... Du kannst im Dunkeln nicht gut sehen! Äh... Also... Das Spiel lehrt Weisheiten fürs Leben! Du kannst im Dunkeln nicht gut sehen! Und deshalb darfst du die Toilette nicht benutzen! Ja, äh... Ja, wieso nicht? Stell dir keiner zuschauen in einem Klobein! So... Nochmal! Nein, das war's schon... Äh, du kannst den Dunkeln nicht gut sehen! Ja, und... Boah, ist das tatsächlich scheißdunkel da drin! Äh! Äh! Los geht's an die Ecke! Ja, und da kommt jetzt Alma 4 und tötet dich! Super! Woah! So ist kein... Geh nicht mehr! Geh auf! Die Tür lässt sich nicht... Geh nicht da rein! Geh nicht da rein! What the fuck! Licht! Woah! Woah! Oh shit! Oh shit! Holy shit! Holy shit! Oh shit! Oh shit! Woah! Erdwein im Hintergrund! Nein! Oh shit! Hey! Das ist meine Oma! Oh shit! Oh shit! Was macht die da? Also, nur für den Fall, falls ihr das irgendwie nicht hört oder so. Das ist die Fernbedienung, das ist die Wii Fernbedienung. Geh weg, ich will die Welt, nein, geh weg. Nein. Nein. What the heck? Und wieso gehen die Türen immer nur einen Spalt auf? Damit man, wenn die Geisterfrau sind, dass du selbst benutzt. Was? Was redest du? Null. Wir werden ja alle sterben. Oh Gott, wir werden alle sterben.